Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, seit Nummer 30 Jahren bin ich Mitglied unserer Volkspartei CDU und viele von euch kennen mich noch als Joto-Landesvorsitzender aus Baden-Württemberg. In meiner Heimat war ich schon früh für die Menschen politisch aktiv und wurde mit 23 Jahren zum Gemeinderat gewählt. Seit 2005 bin ich Mitglied des Deutschen Bundestages, direkt vertreten im Wahlkreis Zornalb-Siegmeingen und die letzten vier Jahre konnte ich gemeinsam Peter Altmaier unglaublich viel für den deutschen Mittelstand und für die Wirtschaft tun in dieser schwierigen Krise. Vor wenigen Tagen war ich Verkehrsbesprecher der Bundestagsfraktion. Hier ist mir wichtig, eine bezahlbare und technologieoffene Mobilität für jeden in Deutschland, ob in der Stadt oder bei mir auch im Kleinen, unterschmähen. Dies möchte ich in den Bundesvorstand mit einbringen, in dem ich schon seit vier Jahren mit dabei sein darf. Mein Name ist Thomas Barre, ich bin 46 Jahre alt, evangelisch, glücklich verheiratet mit einer katholischen Rheinländerin, die Biometriebsrat von Haus aus und ich würde mich freuen, wenn Sie mich unterstützen und Ihre Stimme geben. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020